Viva Palästina, Viva, Viva Palästina, Viva, Viva Palästina. Wir müssen noch einmal ganz genau zum Abschluss der ganzen Welt hören, dass Free, Free Palestine, Free, Free Palestine, Free, Free Palestine. Ich sage mir, dass die Leute, die hier waren, die werden jetzt gemeinsam zum Ostermars zurückgehen, sollten Sie uns gerne atmen. Ich sage Ihnen, dass ein Morgen im Plakat mit unserem Park, die können wir gemeinsam übergehen.